So, ist die Kamera bereit? Ja? Toll, das machst du schön, das machst du super. Herzlich willkommen bei TV of the Lost, Episode 51, Aspranthelen. Toll machst du das, Bo. Toll, du filmst es super, super. Toll, du filmst es super. Toll, du filmst es super. Toll, du filmst es super. Du filmst es super, du filmst es super. alle nicht mitbekommen dann geht es ja gleich rein die werden mit den füßen nach oben aufgehängt geht da so ein fließband einmal um einmal ganz um die halle wenn die es besoffen gemacht mit jack daniels sie ganz betäubt fühlen die schmerzen nicht mehr wenn dann diese riesige ketten sie kommt und sie einmal genau in der mitte teilt das fleisch wird dann fachgerecht zerlegt in die einzelbestandteile und dann kommt hier da aus der ausfahrt und dann der der metzgerwagen raus da hinten hin da wo es so schön idyllisch aussieht so schön hier und so ja und dann landen wir bei euch in der suppe eines tages der rockstar schlachthof in bradl möchtest du ein stück ingwer haben super spontan ich gehe mal weg spooki spooki geheim ja hallo kann ich was für sie tun machen sie hinein doch kommen sie haben wir durch machen mal die türen auf frühlingsgefühle so was ich mich schon seit anbeginn des universums frage was heißt auf auf und auf 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 Das war's. Heute zum ersten Mal unser Ritual, Wodka, getrunken, nicht anal. So Schweiz, auf geht's. Was soll ich denn sagen auf der Bühne? Grüezi miteinander. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Ja genau. Hallo zusammen. Hallo zusammen. In der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz. Was heißt denn Fros aus Schweizerisch? Prost. 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 Hallo zusammen. Prost. Hallo zusammen. Tschüss. Schöpfchen. Schöpfchen. Tschüss. Schöpfchen. Hallo zusammen, wie geht's? Ich schwitze! Ich werde geil! Hallo! Hallo! Seid mal ruhig jetzt! Hallo! Hallo! Wir sind Lord of the Lost. Wir sind sozusagen die Vorhaut von Eisbrechern. Und wir geben jetzt Autogramme. Für euch! Ich hab keine Ahnung, was diese Diskriminierung von homosexuellen Mitbewohnern soll. Ich auch nicht. Du beide bist jetzt mal ruhig. Oh, hör mal! Ich geb jetzt Autogramme oder was? Hallo! Los! Go, 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 Kinder! So! Hallo! In der Schweiz hält man viel von reinemachen. Wir schauen uns das mal an. Ja, das ist toll! Toll! Ja, das ist ganz toll! Guck mal, die haben alle so einen schönen Besen. Auf dem fliegen sie dann nachher nach Hause. Aber erst mal machen sie einen Berg. Auf dem fliegen. Aber erst mal machen sie einen Berg. Guck mal, die haben alle so einen schönen Besen. Guck mal, die haben alle so einen schönen Besen. Lieber Alex, lieber Pix, lieber Dominik, lieber Achim und lieber Jürgen. Morgen ist Fools' Day, denn es ist der letzte Tag der Tour. Macht euch auch was gefallen. Wisst ihr eigentlich, woher ich diese Narbe habe?